Was zum Teufel ist da los? Dann wurde uns klar, dass das nicht aufhören würde. Um Monster zu bekämpfen, erschufen wir selbst Monster. Wir brauchten eine neue Waffe. Das Jägerprogramm war geboren. Zwei Piloten, unser Verstand, unsere Erinnerungen. Verbunden. Und Mensch und Maschine werden eins. Heute, am Rande unserer Hoffnung. Am Ende unserer Zeit. Haben wir uns entschieden, aneinander zu glauben. Heute stellen wir uns den Monstern, die vor unserer Tür stehen. Wir stoppen die Apokalypse. Das ist ziemlich cool. Pacific Rim.